Sieh! Wir haben 48 wunderbare Counts und drei Wände aus dem Grund, weil wir immer beim Refrain nach hinten auf 6 Uhr beginnen. Ich darf euch die Schritte zeigen und wünsche euch viel Spaß beim Mittanzen und Mitlernen. Wir beginnen mit einem Chassé-Backrock. Viertel, Viertel und ein Cross-Shuffle. Viertel, Viertel, Cross-Shuffle. Schritt, Point, Schritt, Point. Drei Schritte nach vor, Schritt, 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 Pause. Und Cross, Side, Behind Side, Cross. Side, Rock, Behind, Viertel, Step. Toe, Strut, Toe, Strut. Eine Chassbox nach vor mit Viertel und Cross. Side, Schließen, Shuffle vor. Side, Point, Side, Point. Eine Chassbox mit Viertel und Cross. Ende der 48 Counts. Wir brauchen aber grundsätzlich nur 32. Und die enden nach der ersten Chassbox. Ich zähle es einmal. Sieben, Acht. Eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir brauchen eine Brücke, die brauchen wir zweimal. Und die geht so. Chassis, Backrock, Chassis, Backrock. Geht zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Am Schluss machen wir noch ein Ending. Noch nämlich 42 Counts. Das ist Zeit, Schließen, Schaffel vor. Zeit, Schließen, Schaffel vor. 1, Step, Hörn, Verfolgung. Viel Spaß beim Tanzen. Wuhu. Das Phrasing klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber Eselsbrücke ist, wir beginnen den Refrain, immer nach hinten auf 6 Uhr zu tanzen, mit dem Chassis nach rechts. Das Phrasing lautet 48 Counts, 48 Counts, 32, 32, Brücke. 48 Counts ohne die Vierteldrehung, denn wir starten hinten wieder mit dem Refrain mit 32 Counts. 32 Counts, 32 Counts, Brücke, 32 Counts und dann mit 42 mit dem Ending. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Die Musik sagt uns das schon.